Guten Morgen, alle ihr Schläfrigen, die in den warmen Betten vom sechsfachen Butter zum Frühstück träumet, sein Heeres Pavlos, zugegeben zum ersten Mal dieses Jahres, aber es wirklich zu der alten heroischen Zeit zurückgekehrt war, dass er die Sonnenaufgänge am See grüßet, dann grüßet er auch euch alle und wünscht euch, stehet auf und fühlt die fantastische und wunderbare Luft, wo es gibt. Also gebt niemals eure größten Tränen auf.